Star Citizen Zwei Etagen hoch. Alter, 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 ist das Ding groß. Also, da muss ich wirklich mal sagen, das Schiff flasht einfach nur vom Ansehen. Wir sind hier im Revellant York Hangar. Eigentlich gibt es hier einen eigenen Hangar-Bereich für die Starfighter. Aus irgendeinem Grund gibt es aktuell im Public Test Universe. Aber noch das Problem, dass sie dort nicht spawnen, sondern hier einfach auf dem normalen Landeplatz. Deswegen schweben auch die vorderen Stützen, vordere Landegestelle leicht in der Luft, ganz leicht, weil es hinten auf den Containern aufliegt, auf diesen Frachtcontainern, die hier normal rumstehen. Und ja, es ist, sagen wir mal, raumfüllend. Aber wie gesagt, da gibt es bald einen neuen Hangar-Bereich, wo dann eure Starfighter, wenn ihr denn eine habt, auch drin spawnt. Und ja, ich war selbst noch nicht im Schiff drin. Wir werden es jetzt gleich gemeinsam erkunden. Das Einzige, was ich eben gesehen habe, wahrscheinlich wie die meisten von euch, ist das Shipshape vom Around the Verse. Das wurde gestern noch nachgeschoben auf YouTube. Und da wissen wir natürlich so ein paar kleine Eckdaten. Aber jetzt erkunden wir das Schiff natürlich mal auf eigene Faust. Wir haben hier vorne am Cockpit also vier ballistische Size-4-Kanonen, außerdem einen Treibstoffsammler in der Nase. Also, das sieht schon enorm cool aus. Freunde, Freunde, Freunde. Mich erinnert das Cockpit ja immer so ein bisschen an den Kopf von einem Mac, so einen Transformer oder sowas. Aber dieses Schiff ist wirklich gigantisch groß. Wenn wir uns mal direkt davor stellen, dann seht ihr also, wie groß so ein Landegestell ist. Und es könnte uns locker platt machen, das Ding. Es würde wahrscheinlich gar nicht merken, dass es auf uns landet. Ihr habt einmal zum Vergleich eine Retaliator. Die steht hier neben im Hangar. Und hier haben wir die Stufferer. Wie gesagt, auf diesen Kisten hier sitzt das Ganze auf. Ich glaube, das ist ein Manöver-Thruster, wenn ich mich recht... Ja, das könnte ein Manöver-Thruster sein, also ein Bremstriebwerk nach unten hin. Denn das Ding ist nicht gerade aerodynamisch, um in eine Atmosphäre zu fliegen. Deswegen gibt es also diese nach unten ausgerichteten Triebwerke, die das Schiff eben stützen. Ja, dann kommen wir zum hinteren Bereich. Hier haben wir, ich glaube, das hier sind die Raffinerien dieses Treibstofftransporters. Er kann natürlich auch Treibstoffe sammeln in zum Beispiel Gasfeldern oder eben aus Gasriesen. Und dann wird eben Treibstoff in diesen Raffinerien hergestellt und dann eben in den Treibstofftanks dahinter gelagert. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, hier hinten im gesamten Bereich richtige Frachtcontainer zu installieren, damit ihr eben ganz normale Frachtcontainer mitnehmen könnt. Und man kann diese Tanks auch von Treibstoff auf Flüssignahrung umswitchen. Das wird natürlich alles später im Wurst zu kaufen sein, diese anderen Behälter. Und da habt ihr natürlich dann einige Möglichkeiten. Ja, ansonsten haben wir hier hinten drei Haupttriebwerke. Triebwerke, ich glaube, ein TR5, zwei TR4-Triebwerke sind das, das TR5 in der Mitte. Dann haben wir hier hinten unter diesen hinteren Auslegern zwei Türme, zwei bemannte Türme, wo wir hoffentlich später auch noch reingehen können. Hier in der Mitte zwischen den Containern gibt es auch einen Steg, der ist aber eine Etage drüber, da kommen wir gleich noch hin. Und so sieht dieses Ding also erstmal aus. Soweit ich das verstanden habe, gibt es einen Haupteingang, der ist hier an der Frachtluke, an der Hauptfrachtluke. Denn natürlich kann die Starfarer nicht nur diese Treibstofftanks hier transportieren, sondern hier gibt es auch noch ein Knöpfchen. Und hier klappt sich also die Frachtluke aus, wo normalerweise die Fracht reingeschoben wird und dann in dieser gigantischen Frachthalle hier gelagert wird. Und richtig viel Platz haben wir hier. Ich glaube, wir liegen bei der normalen Starfarer Base, die wir hier gerade auch vor uns sehen, bei insgesamt rund 3500 Standardfracht-Einheiten. Und bei der Jiminy, die ich auch habe, das heißt also die von Aegis Dynamics umgebaute Militärversion der Starfarer, der Militärtransporter. Dort haben wir, glaube ich, so um die 2500 Standardfracht-Einheiten. Nagele ich mich hier nicht auf 100 Standardfracht-Einheiten mehr oder weniger fest, aber so um den Dreh liegt das Ganze. Ja, wir haben hier auf dem Boden diese ganzen orangen eingefärbten Felder. Das sind also die, wo später die Container auch stehen sollen, soweit ich das verstanden habe. Wir haben also hier zwei große Felder, wir haben hier vier große Felder und hier nochmal zwei große Felder. Die restlichen Wege hier sind zum Begehen da. Wir haben hier überall Schläuche, die sehr, sehr cool isoliert sind mit diesen Goldfolien, die wir hier haben. Das sieht schon sehr cool aus. Mein Gott, hier hat man wirklich ein richtiges Haus, ein richtig großes Schiff, wo man das erste Mal einen Eindruck davon bekommt, wie es denn sein wird, später in so einer Starfarer rumzufliegen. Wir drücken hier nochmal den Knopf. Und schließen das Tor, das sieht sehr massiv aus, ist aber auch gut so. So, Airlock Access. Auf dem Boden ist Gott sei Dank immer alles beschriftet, das wünsche ich mir auch für die Idris. Und hier haben wir also den ersten Gang, der uns zur Luftschleuse führt. Die haben wir hier. Und ja, hier haben wir also einen Raum für zwei EVA-Suits. Die kommen normalerweise hier in diese Schränke hinein. Und dann könnten wir uns die schnappen. Und dann könnten wir durch dieses Airlock, durch diese Druckschleuse praktisch, das Schiff verlassen. Für Außenreparaturen oder ähnliches. Ja, das sieht wirklich cool aus. Wir haben hier überall kleine Terminals, wo man noch Knöpfchen drücken kann später. Das müssen wir mal abwarten. Aber sehr, sehr cool gestaltet. Allemal. Und natürlich haben wir, wie gesagt, hier einen Druckbereich. Das heißt also, wenn man hier die Schleuse öffnet, ist das restliche Schiff natürlich weiterhin unter Kompression. Und ich nehme mal auch an, weiterhin unter Schwerkraft. Das heißt, da haben wir also keine Probleme. Und wir können von diesem Punkt aus operieren. Wir sind hier übrigens gerade unterm Cockpit-Bereich. Also praktisch an der Unterseite der Nase des Schiffs. Dort befinden wir uns. Ja, dann gehen wir mal zurück wieder in den Frachtraum. Und wir kommen, wir haben hier noch kleine Sitzmöglichkeiten. Die kann man aktuell noch nicht benutzen. Es steht überall im Usagi drauf. Ansonsten kommen wir in diesem Frachtraum eigentlich nur durch diese Tür nach draußen. Mind your head. Pass auf deinen Kopf auf. Und hier haben wir also die erste Treppe, die uns nach oben führt. Die Treppen sind hier noch ein bisschen leggy. Das wurde uns ja auch gestern bei Shipshape schon gesagt. Und wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten, wo wir hin können. Und zwar einmal, das müsste der Weg sein nach hinten zu diesem Steg. Den werden wir uns jetzt auch mal zuerst anschauen. Dadurch, dass der Bereich hier, der dann wieder nach draußen führt praktisch, also eigentlich ins Weltall, wieder unter Druck steht, also es ist wieder eine Druckschleuse, seht ihr auch den Unterschied. Das ist also eine ganz normale Tür innerhalb der Starfahrer. Und das sind diese Druckschots, so muss ich es richtig heißen, die dann eben auch den Weg nach außen praktisch sichern. Vor allem den Druckabfall sichern. Durch dieses Fenster, hier haben wir noch so ein leichtes Zittern drin, können wir dann unten nochmal in den Frachtraum schauen. Hier geht es praktisch an der Außen- oder an der anderen Seite des Frachtraums herum. Das ist klar und also alles schön symmetrisch aufgebaut, wunderbar. Und hier kommen wir also in den Außenbereich. Das ist der Steg, den es hier zwischen diesen Treibstoffcontainern oder Treibstoff... Ja, doch, Treibstoffcontainern gibt. Ja, Freunde, das sieht schon sehr nach Tanker aus. Da kommen mir Gedanken wie auf einer Ölbohrinsel oder Ähnlichem. Ja, mit diesen großen Rohren, die hier überall verlaufen. Misk steht noch drauf. Sehr, 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 sehr cool. Wir haben hier überall kleine Steuerungsterminals, wahrscheinlich um den Sprit nachher, also um den Treibstoff zu verteilen, in den verschiedenen Containern. Und hier hinten haben wir eine richtige Plattform. Unter diesem richtig schönen, großen TR5-Triebwerk. Da bin ich gespannt, wie das nachher sein wird, wenn man hier steht, während eines entspannten Raumflugs. Und da oben prügelt das Triebwerk die gerade noch gesammelten und gelagerten Treibstoffe wieder in reinster Form heraus. Ja, bin ich sehr gespannt. Hier unten haben wir auch noch einen kleinen Access Point, wo man also Sachen später verändern kann. Hier haben wir noch ein Notfallsystem praktisch, was man damit aktivieren kann. Und später wird es also dann hier auch noch einen Rüssel geben, mit dem dann hinterherfliegende Raumschiffe betankt werden können. Sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben hier noch zwei Aufzüge. Call Lift. Der dürfte aber gerade unten sein. Da gehen wir aber gleich erst rein. Wir bleiben erstmal auf dieser Etage und arbeiten uns hier nochmal komplett vor. So, dann gehen wir hier mal rum. Von hier haben wir also auch wieder eine prima Aussicht über den ganzen Frachtraum. Hier hat CIG schon gesagt, sie freuen sich darauf, wenn hier die ersten Feuergefechte an Bord entbrennen. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt drauf. So, jetzt haben wir hier schon mehrere Türen. Also hier kommen wir, glaube ich, nur rum. Genau, hier kommen wir nur auf die andere Seite. Das ist klar. Ich glaube, durch diese Tür da hinten geht es gleich auf die weiteren Decks. Aber wir bleiben auch, wie gesagt, erstmal auf diesem und kommen jetzt in den vorderen Cockpit-Bereich. Erstmal hier zu den Escape Pods. Das ist also ein Survival-Kit, also ein Überlebens-Kit. Und hier haben wir sechs Escape Pods in diesem Raum und etwas Stauraum, um hier also im Notfall das Schiff verlassen zu können. Und Freunde, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie cool die Beleuchtung in diesem Schiff gehalten ist. Jede Kabine hat ein einzelnes gedämmtes Licht oder gedämmtes Licht. Die Treppstufen sind beleuchtet. Mind your step. Überall Aufkleber drauf, damit es möglichst realistisch aussieht. Und das, finde ich zumindest, tut es sehr. Wir haben hier noch kleine Emergency Kits, also kleine Verbandskästen und alles. Oben überall Rohre, die hier verlaufen. Echt cool. Freunde, und hier sind wir dann im Cockpit, im Brückenbereich, kann man schon mehr sagen. Der Starfighter. Wir haben hier also verschiedene Sitze, in denen wir auch Platz nehmen können. Das war im Shipshape noch nicht der Fall. Die waren noch nicht da. Und hier haben wir also den Captain's Chair extra nochmal beleuchtet hier unten. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Leider kann man gerade auf dem nicht Platz nehmen. Da würde ich natürlich eigentlich gerne mal hin. Aber wir können uns das, glaube ich, ungefähr vorstellen. Vielleicht so dürfte das dann aussehen. Man hat also eine schöne Übersicht über alles. Ja, hier haben wir den Pilotensitz. Da können wir rein. Das machen wir auch mal gleich. Und hier haben wir ein richtiges Steuerhorn. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Ähnlich wie in der alten Boeing 747 oder Ähnlichem. Das sieht schon cool aus. Das Cockpit ist natürlich ähnlich dem der Freelancer. Da muss ich schon gucken, dass wir den Namen nicht durcheinander kommen. Aber natürlich wesentlich größer. Mensch, haben wir hier vor uns einen großen Tisch. Da werden dann die verschiedenen Holo-Anzeigen drauf projiziert während des Fluges. Und ja, die Sicht ist natürlich durch die Größe schon recht viel eingeschränkt. Wir haben also eigentlich nur ein richtig, richtig großes Panoramafenster, was allerdings natürlich von oben und von unten sehr stark in der Sicht begrenzt ist. Hier haben wir ein Schalterpanel, ein weiteres. Aber das Steuerhorn hier, das hat auf jeden Fall schon echt Stil. Ich bewege mal gerade den Joystick, da tut sich aber noch nichts. Gut. Dann steigen wir mal wieder auf. Aus. So. Und ja, hier haben wir noch kleine Seitenfenster, durch die wir dann die Size 4 ballistischen Kanonen sehen können. Zumindest die oberen. An beiden Seiten. Hoppala. So, beiden Seiten. Warum die Fenster hier alle schon so verkratzt sind, weiß ich auch nicht. Ich habe das Schiff doch Fabrik neu gekauft. Naja. So. Ja, schade. Captain's Chair. Ja, da können wir uns noch nicht hinsetzen. Hier können wir uns noch hinsetzen. Mal gucken, was hier passiert. Ob schon irgendwas passiert? Wahrscheinlich nicht. Was man an diesen Terminals machen können wird, ist auch noch nicht klar. Nein, wir sehen aktuell hier noch nichts. Vielleicht kann man die äußeren ballistischen Kanonen des Cockpits steuern. Oder wir sind natürlich für die Navigation zuständig. Oder für das Energiemanagement oder Engineer oder was weiß ich. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. Hier haben wir übrigens das Cargo-Management-System. Das wird später hierüber zu steuern sein. Heißt also, wenn Frachtcontainer reinkommen, wird das ja über ein Magnetband-System möglich sein, die verschiedenen Truhen nach links oder rechts zu navigieren, um die eben hier richtig aufstellen zu können. So, dann kommen wir hier ins... Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir hatten eigentlich unten ein Erdgeschoss. Dann hatten wir die erste Etage. Und jetzt kommen wir dann in die zweite Etage. Man muss, wie gesagt, hier bei den Treppen etwas vorsichtig sein, damit man nicht durchbackt. Aber es geht. Und hier sind wir also... Was haben wir hier? Die Living Quarter. Die sind hier lang. Wir sind also jetzt praktisch im zweiten Obergeschoss. Cargo geht hier runter. Also, ich finde das immer sehr schön auf dem Boden alles bezeichnet. Und ich würde sagen, wir halten uns hier mal von rechts nach links. Das heißt, wir gehen erstmal hier nach rechts. Und schauen mal, was wir hier haben. Ja, hier haben wir zum Beispiel schon einen kleinen Wartungsschacht. Da gehe ich jetzt mal in die Hocke. Und dann können wir hier rein. Und hier haben wir ganz viele Access-Panel. Wo wir dann eben Teile, wenn die denn später getroffen werden, Schildsysteme, hier die Ventilatoren und so weiter, die Steuerung dafür. Und die können wir hier dann eben alle austauschen. Da kommt schon eine richtig coole Stimmung auf mit diesen Lichtern. Wie wir uns hier drin also bewegen können. Sehr, 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 sehr cool. So, dann können wir hier wieder aufstehen. Hoppala. Aufstehen. So. Und gehen hier mal weiter. Oh Gott, oh Gott. Wo sind wir denn hier? Hier haben wir noch zwei weitere Escape-Pots. Das heißt also, wir sind jetzt insgesamt schon bei acht Escape-Pots. Mal schauen, was wir hier weiter sehen. Und hier haben wir den langen Gang. Unter uns sind die Treibstofftanks. Und hier kommen wir also zum hinteren Geschützturm. In den können wir leider noch nicht einsteigen, wie es aussieht. Aber hier haben wir also den Exzess, der dann nach hinten zum Geschützturm rausgeht. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Das hier, wo ich jetzt hingucke, da haben wir das TR5-Triebwerk. Hier unter uns sind die ganzen Treibstofftanks. Und gegenüber von uns ist der andere Ausleger. Dieser Stufferer. Da muss man sich später als Engineer schon auskennen, wo denn jetzt überhaupt was liegt. Hier haben wir einen Gang, der ins Nichts führt. Ja, und hier haben wir den Gravitationsgenerator. Das ist also später eine Kugel, die sich dann dementsprechend natürlich dreht und für die Schwerkraft an Bord sorgt. Das sieht auch sehr, 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 sehr cool aus. Haben wir schon mal gesehen in Action so ein Ding auf der Horizon, Gold Horizon Station, so hieß sie. Da haben wir schon mal in der FPS-Demo so eine Kugel gesehen, wie sie sich denn richtig bewegt hat. So, dann gehen wir hier mal weiter. Da müssten wir jetzt ja praktisch das gespiegelte Bild haben von drüben. Hier haben wir noch ein Exzess-Terminal mehr. Und dann kommen wir hier weiter. Und hier haben wir noch zwei weitere Escape-Pots. Das ist also praktisch die Nummer 9 und die Nummer 10. Und hier haben wir wiederum den Gang, der nach hinten führt zum unteren Geschützturm. Oder hinteren Geschützturm. Zweiten hinteren Geschützturm, wenn man eigentlich das richtig bezeichnen möchte. Was haben wir da oben? Ups. Das ist wohl nichts. Ja. Brauchen wir jetzt nicht nochmal nach hinten durchzulaufen. Was haben wir denn hier noch? Einen weiteren Gang, der nach vorne führt. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mich schon fast verlaufen. Also Living Quarters ist immer nach vorne. Hier haben wir noch einen weiteren Wartungsgang, in dem wir aufrecht gehen können. Da haben wir eine Leiter. Eigentlich wollte ich da noch gar nicht hoch. Die Animation hat automatisch begonnen. Also hier haben wir auch noch eine Leiter, um eine Etage tiefer zu kommen. Und hier haben wir noch eine Leiter, um eine Etage höher zu kommen. Und hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit durchzukriechen. Also uns hinzulegen und dann hier in diesen Wartungsgang hineinzukriechen. Also wer seine Starfarer später gut kennt, der kann Angreifer eventuell auch dadurch in die Flucht schlagen. Denn hier kommen wir dann wieder heraus. Es gibt also auch so ein paar kleine Schleichgänge innerhalb der Starfarer. Das ist schon sehr, sehr cool. So, und hier sind wir also praktisch, hier sind wir eben reingegangen. Der rechte Gang. Und dann haben wir hier also praktisch so einen Mittelgang. Und die Living Quarter ist einmal hier und einmal hier. Das geht eben beides nach vorne. Was hier noch für ein Instrument ist, weiß ich nicht. Also diese Terminals sollen wir später alle eine Funktion haben, so wie ich das verstanden habe. Und wir gehen jetzt aber mal auf dieser Seite hier zu den Living Quarter. Wir haben hier also einen kleinen Lift. Das erinnert Cargo Access. Das erinnert mich sehr stark an so einen Essenslift. Ja, und dann fahren wir mal nach oben. Man muss also anscheinend über so einen Lift nach oben kommen. Beziehungsweise es gibt ja auch die Leiter, die wir da eben in diesem Wartungsbereich gesehen haben. Gut, ja, und dann haben wir hier einen weiteren Bereich. Das ist wohl der Crew-Bereich. Der oberste Bereich praktisch, der Starfarer. Und der sieht auch schon anders aus, wenn ihr euch das mal genau anschaut. Ja, wir fangen hier auch wieder mal mittig an. Hier haben wir also den Zugang zum oberen Torrid. Das ist also praktisch das Geschütz, welches oben auf der Starfarer ganz, ganz oben drauf ist. Auch das größte Geschütz, das soll übrigens genau wie die anderen beiden Geschütze hinten bei der Starfarer Jiminy eine Klasse größer ausfallen als bei der Starfarer Base. Aber es gibt auf jeden Fall hier nicht nur die vier Size 4 Hauptbewaffnung nach vorne, sondern auch noch ein Geschütztum auf der Oberseite und zwei nach hinten raus. Das heißt also, wir haben wenigstens ein bisschen Möglichkeit, uns mit diesem Frachter zu verteidigen. Und er steht schon wesentlich besser da als zum Beispiel die Hallserie, was das Thema Verteidigung angeht. Dafür hat er natürlich nicht ganz so viel Frachtraum. Das hat alles Vor- und Nachteile. So, hier sind wir rausgekommen, da war der Lift. Dann gehen wir jetzt auch wieder mal nach rechts erst. Ei, ei, ei. Und hier haben wir das Mannschaftsquartier. Sechs Betten stehen hier zur Auswahl. Und hier haben wir den Sanitärbereich. Einmal das Männerklo. Können wir auch noch nichts bedienen. Dusche direkt über der Toilette, so wie sich das gehört im Spaceship. Und einmal den Damenbereich. Das freut mich ja, dass sie hier dran gedacht haben. Ja, da war wohl noch ein bisschen Platz über. Je nachdem. Auf jeden Fall haben wir bei größeren Schiffen wohl nach Männlein und Weiblein getrennt. So, dann haben wir ja hier noch ein Fenster, wodurch ich allerdings aktuell nicht besonders gut schauen kann. Und hier hinten ist auch nichts mehr. Wir haben hier also nur die sechsten Betten für die Mannschaft. Das ist aber auch schon sehr, sehr cool. Dann kommen wir hier wieder raus. Ja, hier war der Lift. Da sind wir rein. Da sind also die Mannschaftsquartiere. Dann kommen wir hier in den Kantinenbereich. Das ist also hier die Küche. Auch noch nicht final. Das haben wir auch auf Zeichnungen schon wesentlich detaillierter gesehen. Da kommen natürlich noch andere Gerätschaften hin und Gewürze und was es da nicht alles gibt. Also die Küche, die wird später auch sehr viel lebendiger aussehen als jetzt. Das ist eben nur der Auslieferungszustand. Ist ja auch richtig so. Und hier haben wir also den Essenstisch, wo man sich dann eben hinsetzen kann. Ganz, ganz besonders cool. Wir haben hier oben zwei große Fenster auf der Oberseite der Starfighter, durch die man dann eben die Sterne oder, wie es in Shipshape hieß, andere kämpfende Schiffe beobachten kann. Wobei ich dann nicht weiß, ob man hier noch so ruhig sitzt, wenn man da schon kämpfende Schiffe drin sieht oder durchsieht. So, dann kommen wir hier weiter in den Kapitänsbereich. Das ist also das Arbeitszimmer des Käpt'n. Der hat also hier einen Tisch. Hier schließt es sich noch nicht so ganz, warum Misk von dieser Seite lesbar ist. Man aber eigentlich so rum am Tisch stehen müsste, wenn ich das richtig sehe. Und dann haben wir hier hinten also jede Menge Monitore. Und man hat hier praktisch so ein bisschen die Steuerzentrale des Schiffs. Natürlich ist die eigentlich auf der Brücke, aber hier kann der Käpt'n sich eben aufhalten und Pläne schmieden, wie man denn am meisten Profit mit der Starfighter machen kann. Dann haben wir hier die Kapitänskajüte. Das ist wirklich ein Schlafzimmer für den Käpt'n mit Aussicht. Persönliche Aussicht, ja. Und hier natürlich ein Bett mit einer schönen Decke, wie es vielleicht der eine oder andere von uns auch schon in der Kindheit hatte. Ein paar Schalter. Alles, wenn man sich das so anschaut, doch schon recht rudimentär. Diese ganzen Kippschalter und so, das sieht jetzt nicht total futuristisch aus. Es ist einfach ein Arbeitstier, ja. Mich erinnert die Starfighter sowieso enorm an so einen 40-Tonner. Sehr, sehr schwer natürlich mit der Möglichkeit, Fracht aufzunehmen. Aber trotzdem bietet es eben Lebensmöglichkeiten, wenn auch nur die nötigsten. Einen eigenen Sanitärbereich für den Käpt'n ist ebenfalls am Start. Sogar ein paar frische Handtücher liegen da schon. Die werden wohl von Werk aus mitgeliefert vom Musashi Industrial & Starflight Konzert. So, dann kommen wir hier wieder raus und dann haben wir eigentlich, haben wir hier noch was? Ja, hier haben wir auch noch eine Tür. Das ist also praktisch die Leiter, die wir eben gesehen haben. Und ja, hier gibt es also schon eine schöne Animation. Und hier sind wir wieder in diesem Engineering-Bereich, den wir hier eben gesehen haben. Da hinten sind wir eben durchgekrochen. Und hier haben wir noch mal eine Leiter, mal gucken. Ja, es gibt schon richtig schöne Animationen. Da braucht man einfach nur gegenlaufen, dann macht die Leiter den Rest. Ja, und hier sind wir also wieder in unserem Frachtbereich, beziehungsweise über dem Frachtbereich. Und hier gibt es also die Leiter, die, wenn man einen schnellen Zugang möchte, auch direkt hier über die Leiter und dann die nächste Leiter. Und dann ist man direkt oben im Crew-Bereich. Eigentlich sehr, sehr cool gelöst. Die ganze Staff around sich natürlich. Ein wahnsinnig geniales Design. Gefällt mir einfach super gut. Ich denke mal, da teile ich mit vielen von euch die Meinung, dass das einfach ein sehr, sehr cooles Schiff ist. Und vor allem, dass man mal sieht, wie groß Star Citizen Raumschiffe später werden. Das ist noch eins der kleineren großen Schiffe, wenn man so möchte. So, ich öffne noch mal die Frachtrampe und verlasse das Schiff noch mal. Ja, schade, dass sie nicht auf ihrem richtigen Hangarplatz stand. Ihr seht, dass sie schwebt so ein ganz klein bisschen hier im Raum. Aber ich denke mal, das ist zu verzeihen. Sieht hammer gut aus, das Teil. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr alle dazu sagt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich sehr freuen. Weil es wirklich mal das erste Capital Ship ist. Es zählt, glaube ich, schon zu den kleinsten Capital Ships, die hier von Cloud Imperium aufgeführt wurden. Weil man eben darin wirklich sehr, 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 sehr viele Stunden verbringen kann. Und damit sehr, sehr viele Abenteuer erleben kann. Der Treibstoffsammler, der hier vorne in der Nase sitzt, den kann man übrigens bei der Starfire Jiminy gegen einen Raketenwerfer austauschen. Dann ist dieses Schiff natürlich noch etwas durchschlagskräftiger. Das ist so ein bisschen der Blockadebrecher, die Jiminy. Mit sehr viel Feuerkraft nach vorne. Und da oben seht ihr es vielleicht auch noch, da haben wir auch noch einen Turm, der eben da oben drauf sitzt. Hier unten haben wir das Druckshot, praktisch. Da haben wir von der anderen Seite eben oben drin gestanden. Da waren die EVA-Suits und sowas. Das ist also hier im unteren Teil. Und ja, ansonsten finde ich, ist der Platz in der Starfire schon sehr, sehr gut genutzt. Und es haben sich die Ingenieure der Starfire da schon sehr viel Gedanken drüber gemacht. Was das da hinten ist, kann ich... Achso, das baut langsam auf, okay. Naja, da soll es jetzt nicht drum gehen. Das, liebe Freunde, ist jedenfalls die Starfire. Wir werden vielleicht nochmal einen weiteren Blick drauf werfen, wenn sie dann am richtigen Hangarplatz steht. Aber ich denke mal, genau wie ich brennen die meisten von euch darauf, das Schiff einfach mal so zu sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch bei einer der nächsten Episoden wieder ein. Bis dahin, wegtreten!